Hallo liebe Leute und willkommen zurück im Schlaf Simulator. Willkommen im Rennstimulator mit Nadel. Wie ihr seht, wir sind fix und fertig, liegen noch im Zelt. Wir haben hinter unseren, wie soll ich sagen, hinter unserem Schweinestall, wo man der Kuhstall später hin soll, noch das Holz fertig gemacht. Können wir mal schauen gehen. Da wird man euch damit nicht langweilen, haben wir das noch durchgezogen und diese kleinen unbedeutenden Bäume hier entfernt. Das sieht doch ganz gut aus jetzt. Hast du schön gemacht. Hast du auch schön gemacht. Ja, wir wollen jetzt dann wirklich mal schauen, ob man wirklich noch mal ein paar Bienchen finden, hätte ich gedacht. Weil wohne ich, das scheint sich doch ordentlich zu lohnen, muss ich sagen. Mit 300 pro Fässchen. Da geht schon was. Und dann mal schauen. Bühner sind jetzt voll. Da ist nichts mehr. Die haben wir aufgefüllt. Da sind mindestens über 30 Hühner, die wir haben. Da braucht man nichts mehr. Und dann mal gucken. Ne? Was es noch so bringt, die Folge. Kannst es ja immer nicht planen. Mit mehr sowieso nicht. Genau, mit Nadel sowieso nicht. Kein leichtes Unterfangen oder wie sagt man? Aber die Fenster sehen gut aus. Ja? Ja. Hast du dich eingesetzt? Ich bin dabei gerade, ja. Okay. Dann mache ich das Bienenhäuschen fertig, weißt du? So war der Plan jetzt. Und dann als nächstes das zweite Gewächshaus, wo die Ananas hier rein soll. Genau. Ich nehme庸. Ja. Okay. Okay, ja. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Die großen Bäume lassen wir stehen. Ja, hat man ja so gesagt, ne? Zumindest zum Teil. Du möchtest ja nicht das nicht so kahl haben. Sieht ja alles nicht schön aus. Aber ich betone, es sieht schön aus, dass die vollen Wurstkisten am Laden sinnlos rumstehen. Ja. 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 Geht's dir gut? Wenn man dich nicht hört die ganze Zeit? Ne, ich sag auch nichts. Achso, man sagt einfach nichts. Ich mache hier mein Holz und lasse dich quatschen. Mhm. Oh. Oh? Oh klang nicht gut. Machst du noch Holz? Domme. Wieso fragst du? Weil ich weiß, wie ich es mitbringe. Na ja. Hast du jetzt schon was drüber geschrieben? Käse. Ich dachte, wir schreiben drüber Fleischerei, Erdenglück oder so. Man macht dir nichts recht. Ich habe hier Käse auf der Seite, auf der anderen Seite steht Wurst. Wunderschön. Wunderschön. Wäre nur schön, wenn das ein bisschen größer wäre, die Schrift. Kannst du auch größer machen. Ja, dann machen wir mal bitte. Oder nicht? Weiß ich gar nicht. Oh, jetzt wird nur noch eine E da. Ne. Keine Ahnung. Kann man das nicht größer machen? Ich glaube nicht. Warte. Ich dachte, das geht. Ich habe mit Absicht nicht diskutiert, weil ich mir das abgewöhnt habe, mit Frauen zu diskutieren. Dann sollen sie lieber selber aus ihren Fehlern lernen, weißt du? Wie viel Fenster haben wir denn hier an dem Bienenhaus, sag mal? Ach hier, die zwei noch. Das sage ich dir auch nicht, was ich gerade herausgefunden habe. Mir doch egal. Wie viel Fenster ist fertig, sozusagen. Kann ich streichen. Darauf hast du doch die ganze Zeit gewartet. Richtig. Wow, sieht ein bisschen aus wie BVB. Das sieht aber grün aus. Ne, das ist kein grün, das ist gelb. Was? Das ist knalle grün. Sowas von. Gefällt dir wohl nicht. Ne. Aber guck doch auf den Deckel. Ich denke, wir machen das schwarz-gelb. Ja, das ist hässlich. Das ist für die Ananas, ja. Na gut. Ich muss weg. Ich habe Durchfall. Das ist wirklich grün. Ich mache mal die Wege aus. Von mir aus. Ich gehe jetzt gelb holen. Und wenn dir das nicht passt, gehe ich. Ja, das ist nun mal wirklich kein gelb, was du da hast. Das ist gelb. Das ist, naja, wirst du es ja sehen im Video, dass das knalle grün ist. Ja. Knalle grün ist das. Soll es vielleicht mal zum Optiker gehen. Jeder, der dieses Video jetzt guckt, den bitte ich darum, in den Kommentaren eine Farbe zu schreiben, was das ist. Das ist nämlich eindeutig so ein mintgrün. Mintgrün, ja, ja, genau. Mintgrün. Mintgrün sieht anders aus. Hier steht ein Hirsch bei uns vor dem Gewächshauseingang. Freut mich. Vielleicht will er ja eine andere da. Jetzt ist er weg. Metall, dafür reicht das Geld nicht mehr, ne? Ne. Weil du willst dir die Wurst nicht verkaufen. Da kannst du mal gucken, ob die im Angebot ist. Leute. So, ich habe jetzt gelb gekauft. Aber das ist wieder so. Das ist gelb. Ich gebe ja gelb ein. Das ist gelb. Sagst du mich? Nö. Hör dich nicht. Redest du mit mir? Nattel? Ja. Witzig. Und wieder den Anhänger abgemacht. Wieso verkaufst du jetzt? Weil du gesagt hast, ich nervte. Das ist doch bestimmt nicht mit 1,9 Multiplikator gewesen jetzt. So hast du mir gesagt, ich nervte. Also habe ich jetzt verkauft. Naja, wir haben einen Haufen Fleisch zum Verarbeiten. Ist ja so, Nadel. Aber kannst du dann wirklich noch mal Metall mitbringen? Wenn du eh mal unterwegs bist. Kann ich machen. Ich mache ja sonst auch alles. Achso, ich mache nichts. Ne. Ich renne mir hier in Wolf die ganze Zeit. Und baue weiter. Und erlege Hirsche bei uns auf dem Grundstück usw. Aber der Atze macht nichts. Der Atze hat die Wegen wieder ausgeschalten, weil sie angeschalten waren. Kapitel 3 Kapitel 3 Vielen Dank. So liegt hier eine leere Wabe drin. Weil ich sie da kurz reingemacht habe. Warum das denn? Ja, weil es halt so ist. Weil es sich gestört hat auf dem Auto, weil es kein Platz war. Der Anhänger wäre zu groß gewesen. Ja. 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 Dann ist es so. Ja. 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 kann es da auch noch so Wie für ein Känguru springe ich durch den Wald hier. So Leute, weiter geht's im Holzbausimulator. Ich mach mal wieder Akkord-Arbeit. Na, so. Da hab ich gerade gesehen, wie ich den Baum verschoben hab, geil, wa? Ich soll noch mal einer sagen, ich hab keine Kraft. Hm. Ich soll noch mal einer sagen. So. Die zwei Bäume machen wir noch. Dann würde ich sagen, ich setze die Bretter erst mal ein. Genau, den noch. So, Säge aus. Dann machen wir erst mal weiter hier. So. 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 ich werde mal das Auto nehmen und die Bretter hier drauf schmeißen. so. 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 Ach, bin ich im Weg? So. Wo bist du, Nattl? Im Gewächshaus. Ist ja gleich wieder 20 Uhr. Hier noch irgendwo Glas, hier war Glas. Geht ein Glas bloß noch? Oder haben wir noch irgendwo Glas? Nein. So, 20 Uhr. So, bist du schon im Zelt? Ja. Tatsache. So, kein Holz mehr, kein Glas. Soll ich auf jeden Fall mal Glas besorgen. Gut, bleibt es hier oder was? Hallo? Ja. Die Ananas machen bitte, ich komme hier nicht hin da. Ja, jetzt bin ich gerade nicht da. Ja, wenn du dann wieder da bist. Ja, jetzt bin ich da. Da. Hast du was gesagt? Ja. Ja. Was hast du gekauft? Na, Glas und Metall. War das Metall schon wieder alles? Ich weiß nicht, wo du Metall hast, Nattl. In die Garage gelegt. Ja. Na, woher soll ich das wissen, wenn du das nicht erzählst? Ich kann doch das nicht riechen. Mach mal es halt nochmal. Ist ja nicht verschenkt, brauchen wir doch garantiert nochmal. Ein Glas war sowieso keinst mehr, da hast du ja nicht mitgebracht, hast du gesagt, ne? Ja. So, wenn wir noch so viel Metall brauchen, das reicht bei Weitem noch nicht. Das ist ja nicht so viel, da hast du ja nicht mitgebracht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das Windrad ist fertig. Dann machen wir auch nochmal Metall. Mal. Die Lampen hier gefallen mir viel besser, als die, die wir zum Anfang hatten. Diese komischen Röhren. Die waren ja abartig. Jetzt dürfte hier eigentlich nichts mehr sein. Und hier haben wir noch nichts. Oh, 40 Haufen Holz, ey. Motiviert mich richtig, das Holz zu machen. Der hat man schon. Nee. Doch. Entschuldigung. Hmm. Thereg팩. So, dann würde ich sagen, Holz, bleibt ja nichts anderes übrig. Denn, ja, der Rest ist alles da, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, das sind 400 Holzhülfe. Ölfe. Ja. Ja. Das war's für heute. Mal sehen Leute, wir werden jetzt dann hier die Folge beenden bald und dann tue ich die Holzarbeiten, die überspringe ich. Das will ich euch nie antun hier, drei Folgen lang nur Bretter schneiden. Das wird ja auch zu langweilig. Das ist mir ja schon langweilig alleine beim Spielen. Da werden wir dann sicherlich skippen. Das wird ja schon langweilig. Das wird ja schon langweilig. Das ist mir ja schon langweilig. Das ist mir ja schon langweilig. Ich habe die Bilder nach dem Spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, den Baum machen wir noch und dann würde ich sagen, ist für die Folge gut hier. Das ist einfach zu zeitlos, wenn ich euch wohl hier die ganze Zeit das zeigen, wenn ich hier soll Bretter sägen, das macht man nie. Dann zeige ich euch lieber ein paar andere Sachen wieder. Aber das hier wird mir zu langweilig und euch wie gesagt genauso. Dann würde ich sagen, soll es das für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich wieder fürs Einschalten und bis bald. Euer Atze Grünkohl